Hättest du gerne beim Motorradfahren den Schutz eines Airbag-Systems, willst du dafür aber nicht extra eine neue Jacke oder gar eine neue Kombi kaufen? Dann sind Nachrüstsysteme genau das Richtige für dich. Leider unterscheiden sich die Systeme und Produkte teils erheblich und auch die Preisgestaltung ist nicht besonders transparent, sodass es gar nicht so einfach ist, das richtige Produkt zu finden. In diesem Video will ich dir erklären, was es aktuell an Airbags zum Nachrüsten auf dem Markt gibt, wo die Unterschiede liegen und dir so helfen, das richtige System für dich zu finden. Hallo, mein Name ist Michael und ich begrüße dich zu diesem neuen Asphaltsüchtig-Video. Nach meinem schweren Unfall im Jahr 2022 mit aufgerissener Kombi und gebrochenem Schlüsselbein, war ganz schnell klar, dass mein neuer Kombi zum einen besser passen muss und zum anderen unbedingt ein Airbag drin stecken sollte. Bei der Suche nach dem passenden Zubehör Airbag hat sich dann ganz schnell gezeigt, dass es drei Hauptfragen gibt, die bei der Auswahl zu beachten und zu klären sind. Frage Nummer eins ist, für welchen Einsatzzweck möchte ich den Airbag hauptsächlich nutzen? Frage Nummer zwei, wie soll er auslösen? Soll es eine elektronische oder eine mechanische auslösende Airbag sein? Und Frage Nummer drei natürlich, möchte ich den Airbag auf oder unter der Schutzkleidung tragen? Damit du diese Frage für dich so gut wie möglich beantworten kannst, habe ich mit allen großen Herstellern gesprochen, um die Eigenheiten sowie Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme zu verstehen. Und ich muss sagen, es sind tatsächlich eine ganze Menge Produkte am Markt und zusammengekommen. Um die Auswahl etwas leichter zu gestalten, habe ich auch eine detaillierte Übersicht zum Download zusammengestellt. Dazu aber später mehr. Dass ein Airbag zusätzlichen Schutz bieten soll, ist klar. Die Frage, die sich aber stellt, welche Schutzbereiche decken die heutigen Systeme ab und wie funktionieren diese eigentlich genau? Wie so oft beim Motorradfahren wurde die Entwicklung maßgeblich vom Motorsport vorangetrieben. Ging es anfänglich hauptsächlich darum, Schultern und Schlüsselbeine zu schützen, sind die heutigen Systeme deutlich breiter aufgestellt und bieten laut der unterschiedlichen Hersteller jetzt auch Schutz für Rippen, Wirbelsäule, Hals und Brustpartie. Ich habe die Hersteller gerade schon angesprochen, stellt sich natürlich die Frage, welche Hersteller gibt es denn tatsächlich am Markt? Auch wenn das Angebot auf den ersten Blick vielfältig scheint, aufgrund des hohen Entwicklungsaufwandes nutzen viele Bekleidungsmarken in ihren Westen Airbags der Hersteller, die sich auf die Entwicklung entsprechender Airbag-Technologie spezialisiert haben. Neben Alpine Stars ist hier vor allen Dingen die Firma In-N-Motion aus Frankreich zu nennen. Die Franzosen sind seit 2014 am Markt und statten inzwischen die Marken Furigan, Held, Climb, RST, Turgano, Urbano und Xen mit ihren Airbag-Systemen aus. Während die Franzosen selbst keine Airbag-Systeme bzw. Airbag-Westen für den Endkunden anbieten, geht die italienische Firma DPI Safety SRL einen anderen Weg. Die Italiener sind auch auf die Herstellung von Airbag-Systemen spezialisiert. Das sind in unterschiedlichen Bereichen und ihr System kommt unter anderem in den Kombis und Airbag-Westen von Jimoto zum Einsatz. Daneben hat die Firma aus Mainland aber auch noch eine eigene Produktlinie mit dem passenden Namen Moto Airbag und bietet diese den Endkunden als Zubehör-Westen an. Die im deutschsprachigen Markt wohl bekannteste Marke für Zubehör-Airbags ist Helight. Die Systeme sind schon seit einigen Jahren im Markt präsent. Daneben gibt es natürlich auch noch Dainese, die mit der Smart Jacket einen Zubehör-Airbag anbieten. Und wir haben jetzt Alpine Stars gehört, wir haben In-N-Motion gehört, wir haben die verschiedenen Hersteller-Marken gehört. Und es stellt sich natürlich die Frage, inwiefern unterscheiden sich denn die Airbag-Systeme a von den unterschiedlichen Herstellern und b in den verschiedenen Bekleidungsmarken. Der Grundaufbau aller Systeme ist in der Regel ähnlich und besteht aus den vier Komponenten Airbag-Blase. Der Auslöseeinheit mit den Gaskartuschen oder der Gaskartusche gibt es in verschiedenen Ausführungen. Der Airbag-Hülle in Form der Weste und natürlich oftmals mit einem Bot ein Rückenprotektor. Bei der Aktivierung wird zwischen mechanischer und elektronischer Auslösung unterschieden. Während die Systeme von Speedy und Moto Airbag nur mit mechanischer Auslösung verfügbar sind, sind die Systeme von G-Moto, die ja auch auf der Technik von Moto Airbag bzw. DPI Safety SL basieren, hybride Systeme. Das heißt, der Airbag lässt sich sowohl mechanisch als auch elektronisch auslösen und das in einem System. Dann haben wir die klassischen Systeme von Helight. Die Westen sind entweder als mechanische oder als elektronische Auslösung verfügbar. Und dann gibt es noch die großen Hersteller wie Alpine Stars, Dainese und In-In-Motion, die ausschließlich auf elektronische Auslöser setzen. Entsprechend verfügen die Airbags dieser Hersteller noch über zusätzliche Sensoren in Form von Gyroskopen und Beschleunigungsmessern. Eine ECU ist auch mit an Bord. Die ist am Ende dafür zuständig, die Daten zu verarbeiten und den Airbag im Fall der Fälle auszulösen. Große Unterschiede gibt es auch bei den Auslösezeiten. Hier haben die elektronischen Systeme die Nase deutlich vorn und sind oftmals sogar noch schneller als von den Herstellern angegeben. Woran liegt das? Die Aufblasphase, die Aktivierungsphase setzt sich zusammen zum einen aus der Erkennungsphase und zum anderen aus der Aufblasphase. Das bedeutet, ein Teilbereich wird für die Erkennung der Unfallsituation benötigt. Bei In-In-Motion zum Beispiel spricht man hier von 4 bis 20 Millisekunden. Also super fix. Die Aufblasphase hängt dann ab von der Größe des Airbags, variiert bei In-In-Motion zwischen 25 und 35 Millisekunden, sodass wir in Summe auf eine Auslösezeit von maximal 60 Millisekunden kommen. Alpine Stars geht hier sogar noch einen Tick weiter. Die meisten Systeme des italienischen Herstellers sollen noch schneller aktiviert und ausgelöst sein. Ja, was gibt es sonst noch zu beachten? Auch wenn die Systeme im Aufbau recht ähnlich sind, ist ihr Einsatzzweck doch oft sehr unterschiedlich. So haben wir zum Beispiel die Dainese Smart Jacket, die Speedy-Variante oder auch die Turtle-Modelle von Helight, die lediglich für den Straßengebrauch gedacht sind. Anders sieht es bei In-In-Motion aus. Hier haben wir deutlich mehr Möglichkeiten. Und da kommen wir tatsächlich auch zu einer Frage bei der Auswahl des Airbags-Systems. Bevor es an die Kaufentscheidung geht oder an die Auswahl eines Airbags-Systems, sollte man sich tatsächlich die Frage stellen, will ich das Gerät für den Straßeneinsatz, will ich es für den Rennstreckeneinsatz, bin ich eher der Offroad-Fahrer oder reicht mir vielleicht auch einfach was zum Touren oder Pendeln. Das sollte so die erste Grundlage sein und hier geben die Hersteller auch entsprechende Informationen natürlich mit, um das passende Produkt zu finden. Ein weiterer Punkt, der unbedingt zu beachten ist, ist die Frage, wie möchte ich das System denn tragen? Sollte es unter oder über der Schutzkleidung getragen werden? Es gibt Systeme wie zum Beispiel das Tech-H3-System oder die Dainese Smart Jacket, die sowohl unter als auch über der Kombi getragen werden. Andere Hersteller, wie zum Beispiel Alpine Stars mit dem Tech-R5, Tech-R10 oder Tech-Irace-E, bieten nur die Möglichkeit, unter der Kleidung getragen zu werden. Während die Westen, die überhalb der Schutzkleidung getragen werden, problemlos in der Regel mit anderen Produkten zu kombinieren sind, ist bei den Westen, die in der Schutzkleidung getragen werden, dringend zu beachten, dass die Jacke oder der Kombi dann noch genügend Platz für die Ausdehnung des Airbags bietet. Alpine Stars spricht hier zum Beispiel für das Tech-R10-System, das größte System, das modernste System am Markt, von 4 cm Extra-Luft im Brustbereich sowie 2 cm im Hüftbereich. Ein nicht unerheblicher Punkt bei der Auswahl ist natürlich auch die Preisgestaltung der Hersteller. Und auch hier ist die Sache tatsächlich gar nicht so einfach, wie man auf den ersten Blick meint. Die Range erstreckt sich von knapp über 500 bis weit über 1000 Euro. Und es gibt Produkte wie zum Beispiel die Weste von Held, von Climb und zum Beispiel auch Furigan, die auf dem In-and-Motion-System basieren, die als Weste um die 400 Euro kosten. Was aber hier dazu beachtet werden muss, das eigentliche Gehirn des Systems, die In-and-Box, in der die Sensoren und auch die Recheneinhalt sitzen, die muss noch dazu erstanden werden. Entweder gekauft für 399 Euro oder pro Jahr für 120 Euro dazu gemietet. Und was natürlich auch nicht zu beachten ist, ist das Thema Wartung und Service. Eventuell löst der Airbag ja auch mal aus. Und hier sind natürlich auch noch Folgekosten zu erwarten. Ein wichtiger Aspekt, der bei der Auswahl auch mit berücksichtigt werden muss. Ja, damit kommen wir auch schon zur Übersicht der unterschiedlichen Modelle für die verschiedenen Anwendungsbereiche. Solltest du ein Airbag zum Nachrüsten suchen für eine ganz spezielle Anwendung, wie zum Beispiel nur Pendeln oder nur Touring oder ausschließlich Rennstrecke, hast du jetzt die Möglichkeit, über die Kapitelmarken in der Videobeschreibung zum entsprechenden Bereich zu springen. Los geht's mit Straßen- und Rennstrecken-Airbags. Der italienische Hersteller Alpinestars ist tatsächlich schon seit 2004 in der Entwicklung elektronisch auslösende Airbag-Systeme. Und nun, 20 Jahre später, haben die Italiener mit dem Tech Air 3, dem Tech Air 5, dem Tech Air 10, dem Tech Air Race E und dem Tech Air Offroad das am Weiten diversifizierte Produktportfolio. Während die ersten beiden eher für den Straßenbereich, beziehungsweise Straße- und Rennstrecke-Hybrid sind, sind der Tech Air 10 und der Race E eher für den Rennstreckeneinsatz konzipiert und der letztgenannte Tech Air Offroad natürlich für Rallye- und Enduro-Fans. Der Tech Air 5 ist der Allrounder in der Alpinestars-Airbag-Familie. Wie das Einstiegsmodell Tech Air 3 kann auch der Tech Air 5 mit anderen Schutzkleidungsherstellern kombiniert werden. Hier ist aber nur ein Tragen unter der Schutzkleidung möglich. Das bedeutet, es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass sowohl die Jacke oder der Lederkombi oder die Lederjacke noch genügend Raum zur Ausdehnung des Airbags bietet. Auslösezeit gibt Alpinestars mit 45 Millisekunden an. Die Weste wiegt 1960 Gramm, also ist knapp 2 Kilo schwer und verfügt über einen Straßen- und einen Race-Modus. Gesteuert wird wie immer bei diesen elektronischen Varianten von Alpinestars über eine App. Hier lässt sich die Aktivierungsart wählen. Straßen- oder Rennstreckenbetrieb. Und der Rennstreckenbetrieb hat eine Besonderheit. Der Tech Air 5 verfügt über zwei Kartuschen. Im Rennstreckenbetrieb löst nur eine aus, sodass man im Fall der Fälle noch einen zweiten Schuss auf der Rennstrecke frei hat. Und was auf der Rennstrecke natürlich auch wichtig ist, der Airbag soll nicht in jeder Situation auslösen. Und ich möchte ihn auch nicht ständig ein- und ausschalten. Das bedeutet, im Race-Modus ist der Airbag so eingestellt, dass es sich erst aktiviert, wenn man länger als 10 Sekunden mit 60 kmh oder schneller unterwegs ist. Und umgedreht, der Airbag sich auch aktiviert, wenn man langsamer fährt und zum Stehen kommt. Preislich liegt der Tech Air 5 bei 699 Euro und verfügt noch über einen Level 1 Rückenprotektor für zusätzlichen Schutz. Der Tech Air 10 ist das am weitesten entwickelte Modell in der Alpinestars-Familie. Warum ist das so? Zum einen haben wir hier den größten Airbag-Schutz, den es aktuell auf den Markt gibt. Wir haben die Brust, die Schultern, den gesamten Rücken und auch die Hüften abgedeckt. Kein anderes System bietet so viel Schutzfläche. Und wir haben auch super schnelle Auslösezeiten. 40 Millisekunden gibt Alpinestars an, kein System ist schneller am Markt. Und wie machen die Italiener das? Hier kommen ganze 12 Sensoren zum Einsatz. Während die Tech Air 5 Familie nur auf 6 Sensoren setzt, kommen hier wie gesagt 12 Sensoren im Einsatz und ermöglichen diese schnelle Auslösezeit. Nach der anderen Geschichte, 1100 Euro kostet das System. Und aufgrund der Größe ist auch nur ein Einsatz möglich. Der Tech Air 10 hat auch zwei Kartuschen, genau wie der Tech Air 5. Aufgrund der großen Airbag-Blase werden beide aber benötigt, um den Airbag voll aufzublasen im Fall der Fälle. Das heißt, man hat nur einen Schuss und wenn man ein Wochenende unterwegs ist und nach einer Auslösung theoretisch noch fahren kann und Airbag-Schutz genießen möchte, bräuchte man theoretisch zwei Systeme. Der Airbag ist in den Größen M bis 3XL verfügbar. Der Service kostet 180 Fälle, wenn denn was passiert sein sollte und kein Schaden eintritt, dann wird die Geschichte natürlich nochmal etwas teurer. Und ein Praxiseffekt, ein Praxisfeature, der Airbag lässt sich aus dem Unterkombi entfernen, sodass der waschbar ist. Gerade beim Rennstreckeneinsatz ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Der Tech Air Race E ist das speziellste System aus dem Alpinestars Straßen-Racing-Portfolio. Grundsätzlich ähnelt er dem Tech Air 5, ist aber deutlich schneller in der Auslösung, hat deutlich mehr Sensoren, doppelte Anzahl, zwölf Sensoren, wie auch der Tech Air 10. Ist nochmal 400 Euro teurer, kostet 1000 Euro. Und es gibt noch eine Anmerkung, die gemacht werden muss. Er ist keine klassische Weste wie der Tech Air 5, kann also nicht einfach mit anderen Produkten kombiniert werden. Lässt sich aber unter Kombis tragen und dort aber muss er integriert werden. Über ein Reißverschlusssystem gibt es zum Beispiel bei Schwabenleder, gibt es bei Skillskin, gibt es wie genannt bei 4SR und auch andere Hersteller setzen auf das Alpinestars-System. Also hier der Tech Air Race E, Schutzzonen, Schultern, Rippen, Brust und Rücken. Auch große Abdeckung und der große Vorteil gegenüber dem Tech Air 10, zwei Auslöse möglich. Er hat auch die zwei Kartuschen des Tech Air 5, also hier im Fall der Falle zwei Einsätze möglich. Danach ist dann doch aber wieder der Servicemann gefragt und das gute Stück muss eingesandt werden. Also auch was für Spezialisten. Kurz nachdem die Aufnahme im Kasten war, präsentierte Alpinestars mit dem Tech Air 7X ein neues System, das ich euch an dieser Stelle auf jeden Fall nicht vorenthalten möchte und deswegen nachträglich noch ins Video mit aufgenommen habe. Die Ausrichtung der Airbag-Feste ist sportlich, super sportlich bis Rennstrecken orientiert und der 7X kombiniert die Vorteile der aktuellen Tech Air Airbag-Range. Wie beim Tech Air 10 arbeiten auch im Tech Air 7X gleich zwölf Sensoren sowie ein KI-gestützter Algorithmus und die Kombination der Faktoren soll es ermöglichen, dass der Airbag in der größten Ausbaustufe in maximal 44 Sekunden auslöst. Aus dem Tech Air Offroad wurde die Lebensdauer, will ich mal sagen, der Airbag-Blase übernommen. Der Airbag ermöglicht jetzt nämlich tatsächlich insgesamt vier Auslösungen, bevor er beim Service Partner eingeschickt werden muss und ein weiterer großer Vorteil, der schon beim Tech Air Offroad besteht, endlich gibt es von Alpinestars ein Racing System, bei dem die Gaskartusche selbst gewechselt werden kann. Also hier ein großer Komfortvorteil und das gleiche findet sich auch beim Thema Laden, denn der Airbag ist natürlich App und Batterie gesteuert. Über die App lassen sich unterschiedliche Riding-Modes konfigurieren. Wir haben einmal den Straßen und den von Alpinestars schon bekannten Race-Modus und das Thema Laden, ich hatte es angesprochen, zugänglich jetzt über eine USB-C-Dose im Bereich der Schließe auf der Brust, also deutlich einfacher als bei den bisherigen Systemen und mit vollem Akku soll der Airbag bis zu 20 Stunden Betriebsdauer ermöglichen. Schutzzonen sind klassisch Schultern, Brust und in diesem Fall der gesamte Rücken. Der Airbag wirkt auf der Rückseite deutlich länger als der Tech Air 5 und auch der Tech Air Race E und ist auch vom Schnitt ein bisschen anders und von der Form etwas anders. Das Obermaterial hat eine gerippte Oberfläche und ein Lüftungssystem integriert mit Luftkanälen. Deutlich mehr Perforation in diesem Airbag. Dadurch sollte auch der Tragekomfort unter Warmbedingungen deutlich angenehmer sein. Preislich liegt das System bei 950 Euro und ist seit einigen Tagen auf der Seite von Alpinestars verfügbar. Auch die Firma Gimoto bietet einen Airbag für sportliche Einsätze, für den Rennstreckenbetrieb. Heißt in dem Fall V-Race LED 3.0 RR, langer sperriger Name. Hat aber vielleicht auch ein bisschen was mit der Technik zu tun, denn das Gimoto System kommt ja von der Firma DPI Safety SAL, also die gleichen Hersteller für diese Moto Airbag Variante, Moto Airbag Airbags, aber hier in der hybriden Auslösungsvariante. Also das heißt, der Airbag kann sowohl mechanisch auslösen als auch elektronisch auslösen. Vielleicht hat man sich deshalb für diesen komplizierten Namen entschieden. 75 Millisekunden ist hier die Auslösezeit und der Airbag hat ein Volumen von 15 Liter. Eine LED-Anzeige auf der Brust informiert über den Status und es lässt sich auch zwischen einem Straßen- und einem Rennstreckenmodus wechseln. Für diejenigen, die auf der Straße unterwegs sind, ist vielleicht noch interessant, Reflektorstreifen und ein integrierter Level 2 Rückenprotektor sorgen für weitere Sicherheit. Es gibt allerdings einen Punkt zu bemerken für diejenigen, die auf der Rennstrecke unterwegs sind. Bei dieser Airbag-Variante, bei dieser Airbag-Geste sitzt das System im Höcker. Das heißt, die Weste selber hat einen Höcker und ist daher leider nicht kompatibel mit Lederkombis oder Lederjacken, die schon einen Höcker haben. Also nicht bedingungslos zu empfehlen für diejenigen, die wirklich auf der Rennstrecke fahren wollen. Falls ihr euch für das System trotzdem interessiert, 839 Euro soll die Airbag-Weste kosten und ist in den Größen S bis XL verfügbar. Ebenfalls Lederweste und für den Rennstreckeneinsatz konzipiert ist der Heelight GPR 2.0 beziehungsweise IGPR 2.0. Auch hier gibt es die Möglichkeit, den Airbag beziehungsweise die Airbag-Weste in einer elektronischen und in einer mechanischen Auslösung zu erstehen. Allerdings nicht kompatibel. Also ich habe entweder den einen oder den anderen. Was hier entscheidend sein kann, ist natürlich der Preis. Die Standardvariante geht ab 699 Euro los, wird mit einer Reißleine ausgelöst und hat ein, also die Airbag-Blase, ein Fassungsvermögen von 18 Liter. Die Auffüllzeit beträgt 75 Sekunden nach Auslösung. Mit on board ist natürlich auch ein Rückenprotektor und das Gesamtsystem soll Wirbelsäule, Brustkorb, Becken, Steißbein, Kopf und Schlüsselbein sowie die inneren Organe schützen. Also hier hat Heelight einmal den Rundumschlag gemacht. Für 839 Euro gibt es von Heelight die GPR 2.0 Weste in einer Version mit elektronischer Auslösung. Man muss aber dazu sagen, die 839 Euro sind eventuell noch nicht der Endpreis. Denn mit der Standardvariante, also der Onboard-Technologie, hat die Vesta eine Detektionszeit für Unfälle von 61 Millisekunden. Die lässt sich reduzieren durch einen Gabelsensor am Motorrad, kostet aber noch 110 Euro extra. Und dann haben wir 31 Millisekunden Detektionszeit. Auslösung des Airbags kommt dann natürlich noch on top. Hatten wir die 75 Millisekunden von der normalen GP-Version. Weiterer Vorteil der elektronischen Variante, es gibt zwei Riding-Modes. Einmal Straße, einmal Rennstrecke, die sich über einen Knopf an der Brust ändern und aktivieren lassen. Wie bei Heelight üblich, lässt sich bei beiden Varianten die Gaskartusche wechseln. Kostet lediglich 24 Euro. Kann man selber zu Hause machen, überhaupt gar kein Problem. Und wenn das Ding tatsächlich mal zum Service muss, sind 60 Euro fertig. Also hier die ganze Geschichte relativ günstig. Damit sind wir bei den Touring Airbags angekommen. Und wieder bei Alpinestars. Der Tech A3 mit 1725 Gramm und einem Preis von 529 Euro markiert bei den Italienern den Einstieg ins Airbag-Segment. Der Level 2 Airbag schützt Brust und Rücken und ist wie bei den Italienern üppisch elektronisch ausgelöst. An Bord sind sechs Sensoren und eine ECU. Die Software, die darauf arbeitet, ist die gleiche wie beim Tech R5. Die Auslösezeit wird hier aber mit 50 Millisekunden angegeben. Größentechnisch gibt es die Weste in der Variante XS bis 4XL. Und schön an der ganzen Geschichte, es gibt eine Frauen- und eine Männerversion. Was man an der Stelle dazu sagen muss, dieser Airbag besitzt keinen Rückenprotektor. Das ist natürlich ein Nachteil in der Schutzwirkung, aber macht die Sache etwas komfortabler. Vor allem für diejenigen, die diesen Airbag, diesen Einsteiger-Airbag eher zum Pendeln benutzen. Denn er lässt sich ziemlich klein zusammenfalten und dadurch auch gut verstauen und in der Tasche oder im Rucksack transportieren. Die Ausrichtung, wie gesagt, eher für den städtischen und Pendlerbereich gedacht. Die Weste kann über und unter der Schutzkleidung getragen werden und ist waschbar. Auch der französische Hersteller Bering hat seit diesem Jahr eine elektronisch auslösende Airbag-Weste als Zubehörteil. Im Angebot der e-Protector ist damit auch das neueste Produkt auf dem Markt und zeichnet sich durch einige Besonderheiten aus und unterscheidet sich dadurch von den anderen Westen, die es mit elektronischer als auch mechanischer Auslösung auf dem Markt gibt. Im Vergleich zu den elektronischen Westen ist hier zu bemerken, dass er eine besonders lange Akkulaufzeit hat. Wir haben 500 Stunden laut Bering Betriebsmöglichkeit mit dem Akku. Das ist wirklich außergewöhnlich und die Franzosen geben auch einen sehr breiten Schutzbereich an. Mit der Halswirbelsäule, der Wirbelsäule, Bauch, Brustkorb und Schleißbein soll der Airbag sehr umfassend den Oberkörper schützen. Und was auch noch ein zusätzliches Feature ist, das der Airbag mitbringt, ist eine Notro-Funktion. Wie bei den elektronischen Airbags üblich, wird das System natürlich über eine App gesteuert. Sollte es zu einer Auslösung gekommen sein, setzt das Smartphone, das mit der Airbag-Weste verbunden ist, automatisch einen Notruf im Notrufnetz der IMA Group ab. Und das Ganze funktioniert sogar in verschiedenen europäischen Ländern, vorrangig in denen, in denen man oft mit dem Motorrad unterwegs ist. Wir haben hier zum Beispiel Deutschland natürlich, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Belgien, die Niederlande, Frankreich natürlich, Spanien und Portugal und auch einige der ehemaligen französischen Übersee-Bereiche sind hier mit abgedeckt. Die e-Protect Air gibt es in den Größen XS bis 4XL und wiegt je nach Größe zwischen 1800 und 2200 Gramm. Die Auslösezeit wird von Bering mit 50 Millisekunden angegeben. Ein wichtiger Fakt ist natürlich auch noch der Preis. Die Weste kostet fast genau 300 Euro, 299,99 um genau zu sein. Und hier ist aber wieder Obacht geboten, denn ähnlich wie die Systeme von In-End-Motion setzt Bering auch auf ein Abo-Modell. Hier hat man die Möglichkeit, entweder im Reflex-Modell das Software-Paket für 11,99 Euro pro Monat dazu zu mieten. Es gibt nach 36 Monaten die Möglichkeit, das System rauszukaufen für 129,99 Euro. Oder zweite Variante, man kauft das Infinity-Paket sofort und bezahlt dann zusätzlich zu den 300 Euro Kaufpreis nochmal 300 Euro für das Paket. Da sind dann auch für 12 Monate Software-Updates und das angesprochene Notrufsystem mit integriert. Damit kommen wir das erste Mal zu Dainese und zur Dainese Smart Jacket. Warum das erste Mal Dainese? Nun, der Hersteller hat zwar ähnlich wie In-End-Motion und Alpine Stars schon sehr viel Zeit in die Entwicklung elektronischer Airbag-Systeme investiert, aber die Smart Jacket ist das einzige Zubehör-Airbag-System. Die Jacke kann über und unter anderer Schutzkleidung fremder Marken getragen werden. Dainese gibt aber an, bei der Anwendung unter einer Jacke müssen mindestens 5 Zentimeter Platz für die Auslösung des Airbags vorhanden sein. Aussichtszeiten kommuniziert Dainese nicht, aber das Volumen, 11 Liter sind hier am Start und die Weste kostet 699,95 Euro. Zumindest auf der Seite von Dainese. Wichtiger Aspekt auch, die Jacke bzw. die Weste kann nur eine Auslösung. Danach muss sie schon zu Dainese im Service eingeschickt werden. 249 Euro werden dafür fällig. Falls keine Auffälligkeiten in der Anwendungsphase auftreten sollten, also das Ding nicht auslöst, reicht ein Service nach drei Jahren. Der ist bei Dainese kostenfrei. Die Weste wiegt knapp 1800 Gramm, der Rücken-Airbag ist Level 1 zertifiziert, der Brust-Airbag sogar Level 2. Damit kommen wir zu In-End-Motion und gleich vier Marken, die auf das System setzen. Wie angedeutet nutzen Held, Ixen, Furigan und Climb die Airbag-Technologie aus dem Hause In-End-Motion. Dementsprechend können wir diese Zubehör-Airbag-Westen in einem Abwasch abfrühstücken. Wichtige Information an der Stelle, die Westen werden unter der Jacke getragen. Das bedeutet, es muss genug Platz für die Ausdehnung sein. Und ich hatte es angedeutet, vor allen Dingen bei Lederbekleidung und bei Lederkombis ist hier eine schwere Einschränkung hinzunehmen. Held gibt an, dass es spezielle Kombis gibt, die für diese Airbag-Weste vorbereitet sind. Bei allen anderen Herstellern ist die Kombination mit Lederbekleidung eher schwierig. Also macht euch da auf jeden Fall schlau. Was ich euch aber auf jeden Fall mitgeben kann, 60 Millisekunden ist die Auslösezeit. Das System wiegt zwischen 13 und 1700 Gramm je nach Hersteller. Und auch preislich liegen wir auf einem ähnlichen Niveau zwischen 379 und 429 Euro. Schlägt die Weste zu Buche. Aber hier ganz klar die Bemerkung, wir haben ja dieses Abo- und Softwaremodell. Hier muss ja noch die Technologie mit dazu gekauft werden. Entweder eben, wie gesagt, im Abo-Modell für 12 Euro im Monat oder 120 Euro im Jahr. Wer sich fürs Monatsabo entscheidet, kann dieses zwischenzeitlich im Jahr pausieren. Das geht bis zu vier Monate. Ganz kostenfrei ist die Sache dann aber trotzdem nicht. 8 Euro reduziert sich der Preis von 12 auf 4 Euro. Und das Geld, das man an der Stelle spart, kann man dann eventuell in einen weiteren Betriebsmodus investieren. Denn auch im Mietpreis und im Abo-Modell ist nur ein Anwendungsmodus dabei. Das heißt entweder Straße oder Rennstrecke oder Offroad. Wenn man mehr davon nutzen möchte, muss man das entweder für 8 Euro pro Monat und Modus dazu mieten. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Modus zusätzlich zu kaufen. Das schlägt dann mit 100 Euro zu Buche. Also hier noch einiges an Mehrkosten möglich. Etwas mehr kostet auch das neue In&Motion Pro System. Das gibt es aktuell schon von Held in der iVest Pro. Da steckt es schon drin. Und man darf sich hier aber nicht täuschen lassen. Das ist nicht das bessere Modell, sondern es ist ein Professional Modell. Es ist ein anderes Modell. Das Airbag-Volumen des In&Motion-Systems liegt bei 12 Liter. Und das verändert sich auch nicht bei der Pro-Version. Das hat folgende Konsequenz. In der Pro-Version deckt die Weste auch die Schultern ab. Was so ein typischer Sturz- und Verletzungsbereich für den Rennstreckeneinsatz ist. Dadurch nennt sich die ganze Geschichte Pro. Also für die Pros, die auf der Rennstrecke unterwegs sind. Die Kehrseite bei der Geschichte ist, dass dieses Airbag-Volumen, weil die Anzahl der Kartuschen und der Elektronik sich nicht verändert haben, aus dem Brustbereich genommen wurde. Das bedeutet, für diesen klassischen Auffahrunfall ist hier weniger Schutz. Das bedeutet, im Umkehrschluss für euch, wenn ihr so eine Weste kauft, überlegt euch gut, ob ihr die Essential, also die normale Variante nutzt oder euch eine Pro-Weste kauft. Hier müsst ihr entscheiden, welcher Use-Case, welcher Einsatzzweck für euch der wichtigere ist. Straße eher die Essential-Variante. Rennstrecke eher die Pro-Variante. Mit dem V-Race 3.0 RT hat auch Jimoto einen Zubehör-Airbag für Touring-Fans im Programm. Technisch ist die RT identisch mit der RR-Version, also der Lederweste. Allerdings handelt es sich hier um ein Textilprodukt. Das heißt, das Modell ist nicht für den Rennstreckeneinsatz geeignet, nur für den Straßenprinzip gedacht und auch nur in aufrechter Sitzposition zu tragen. Größere Unterschiede gibt es auch im Aufbau. Stretch-Einsätze hat die RT-Version an den Schultern nicht. An der Seite fallen sie etwas kleiner aus. Dafür gibt es Einstellungsschnallen links und rechts, um die Weite zu regulieren. Und was die Weste auch nicht hat, ist ein Höcker. Die Technik ist hier anders in der Weste verteilt. Dafür sind Touring praktisch zwei Taschen mit an Bord. Die Weste löst im Preis für 499 Euro mechanisch aus, lässt sich aber gegen Aufpreis auf die elektronische Auslösung umrüsten. Für bessere Sichtbarkeit und mehr Sicherheit verfügt die Weste sowohl an der Front als auch auf dem Rücken über Reflektorstreifen. Wer noch etwas mehr Sicherheit durch Sichtbarkeit möchte, der bekommt die Weste statt in Schwarz auch in Neonfarben. Wie auch bei der Rennversion ist der Kartuschenwechsel nach einer Auslösung des Airbags bei der V-Race 3.0 AT in Eigenregie möglich. Man kann sich die Kartusche direkt bei G-Motor kaufen. Allerdings gibt es hier leichte Preisunterschiede. Für die mechanische Auslösung kostet die Gaskartusche 38 Euro. Bei elektronischer Auslösung werden 149 Euro für das Ersatzpaket fällig. Wie gerade bei G-Moto kommt auch bei Helight in der Touring-Version der Zubehör-Airbag-Weste auch die Technik aus dem Racing-System zum Einsatz. Allerdings auch hier der gleiche Unterschied. Racing-System aus Leder, die Touring-Variante aus Textil gefertigt. Los geht es mit der Helight Turtle 2.0 ab 549 Euro. Das ist dann die Version mit mechanischer Auslösung. Wer auf elektronische Auslösung werkt, bekommt die natürlich auch. Hier sind dann aber 689 Euro fällig. Und wie beim Racing-System haben wir hier auch die Möglichkeit, die Auslösezeit noch zu reduzieren. Beziehungsweise nicht die Auslösezeit, sondern die Erkennungsphase, die Erkennungszeit. Eigentlich 61 Millisekunden mit einem zusätzlichen Gabelsensor für 110 Euro lässt sich die Erkennungszeit auf 31 Millisekunden reduzieren. Anschließend dauert die Aufblaszeit zwischen 80 und 100 Millisekunden, je nach Airbag-Größe. Größe ist das richtige Stichwort. Die Weste gibt es in den Größen XS bis XL. Und in den Varianten L und XL gibt es auch noch eine Sondergröße mit Extralänge für besonders große, wachsende Personen. Die wiederum ist aber ebenfalls aufpreispflichtig. Günstig, wie bei Helight üblich, ist die Wartung. Auch hier lassen sich die Kartuschen in Eigenregime wechseln. Kartuschenpreis geht los ab 24 Euro. Die variieren so ein bisschen je nach Airbag-Größe. Hier gibt es unterschiedlich große Kartuschen, die auch im Preis etwas teurer sein können. Einstieg aber, wie gesagt, 24 Euro. Kommen wir zur Marke Moto Airbag. MAB, der Eigenmarke des italienischen Zubehör-Airbag-Herstellers DPI Safety SRL. Die Technik gibt es in ähnlicher Variante auch in den Kombis und Airbags von G-Moto. Allerdings ist der MAB V3, 669 Euro teuer, etwas anders gebaut als die meisten anderen mechanisch auslösenden Airbag-Systeme. Zum einen haben wir einen Zweikammeraufbau. Das heißt, wir haben einen einzelnen Airbag für den Brustbereich, 10 Liter Volumen und einen zweiten Airbag auf dem Rücken mit 15 Liter Volumen. Das ist der Unterschied Nummer 1. Unterschied Nummer 2 betrifft den Auslösemechanismus. Während die anderen mechanischen Airbag-Westen auf ein Reißleinensystem setzen, kommt hier ein Seilzugmechanismus zum Einsatz, der ein bisschen an den eines Autogurts erinnert. Das heißt, die Reißleine lässt sich abrollen von einem Rollmechanismus und erlaubt dadurch Bewegungsfreiheit. Und erst, wenn eine gewisse Kraft überschritten ist, blockiert das System und löst so den Airbag aus. Ein weiterer Vorteil bei dieser Geschichte, ich hatte die zwei Airbag-Varianten, die zwei Airbags für Brust und Rücken angesprochen. Dieser sogenannte Synchronisationsmechanismus sorgt auch dafür, dass immer der Airbag zuerst auslöst, der am nächsten an der Gefahrenstelle ist. Soll heißen, bei einem Auffahrunfall löst das System so aus, dass man erst den Brustairbag auslöst. Das heißt, der, der zum Beispiel näher am Lenker oder am Internis ist oder wenn eine Kraftentwirkung von innen kommt, löst erst der Rücken-Airbag aus, um eben da schneller aktiv zu sein. Wie bei den Systemen von DPI üblich, lässt sich die Kartusche selber wechseln. Das Service-Pack kostet hier 59 Euro. Sollte es im Fall der Auslösung oder während der Auslösung zu einem Kontakt kommen sein mit anderen Gegenständen, muss der Airbag für 120 Euro zum Service. Das gleiche trifft auch zu, wenn er mehrfach ausgelöst hat oder eine Vierjahresfrist überschritten ist. Schüssen soll das System Brustkorb, Bauch, Hals, Rücken, Kreuzbein und die Halswirbelsäule ausgelöst hat der Airbag laut Hersteller innerhalb von 80 Millisekunden. Das System wiegt 2,1 Kilogramm und ist in den Größen S bis 3XL verfügbar. Auch der italienische Schutzkleidungshersteller Speedy hat mit der Weste AirDPS einen Zubehör-Airbag im Angebot. Die Weste gibt es ab 599 Euro, richtet sich auch an Touring-Fans und hat ein Gesamt-Airbag-Volumen von 26 Liter. Der Airbag soll innerhalb von 200 Millisekunden voll aufgeblasen sein und Brust, Rücken, Halsbereich und Hüfte schützen. Hier, wie bei vielen der mechanischen Hersteller üblich, das System lässt sich selber in einen aktiven Zustand zurückversetzen. Die Kartusche kann selbst gekauft und gewechselt werden. Kartusche kostet 20 Euro, also überschaubarer Preis und sollte die Airbag-Weste zweimal ausgelöst haben, muss sie bei Speedy zum Service eingeschickt werden. Als Größen sind M, L und XL verfügbar. Kommen wir zum Spezialfall. Airbag-Rucksäcke und damit ein Bereich, der sich vermutlich am ehesten an die adressiert, die eher in der Stand- oder zum Pendeln oder auf der Kurzstrecke unterwegs sind und ein Zubehör-Airbag-System suchen, das relativ easy und leicht in der Handhabung ist und genauso einfach über der Kleidung mit anderer Schutzkleidung kombiniert werden kann. Ein solches Modell ist der MAB City Airbag von der Firma Moto Airbag, beziehungsweise der Marke Moto Airbag, die ja zu DPI gehört. Und hier haben wir auch eine Verwandtschaft zum bereits im Touring-Bereich angesprochenen MAB V3 Touring Airbag. Der City Airbag-Rucksack ist in Anführstrichen wie eine abgespeckte Version. Der MAB V3 besteht ja aus einem Brust- und einem Rücken-Airbag. Hier in der Rucksack-Variante ist nur der Rücken-Airbag mit 15 Liter inkludiert. Das Auslösesystem ist auch dieser Seitzug-Synchronisationsmechanismus, auch wenn hier nichts synchronisiert werden muss. Vorne gibt es ja keinen Airbag. Und schützen soll der Airbag natürlich die Wirbelsäule, das Kreuzbein und den Hals. Diesen Brustschutz gibt es hier nicht. Auslösegeschwindigkeit auch bei 80 Millisekunden. Das System wiegt 1,8 Kilo und ist für 499 Euro zu haben. Einen großen Vorteil hat die Variante noch vor allen Dingen für die, die viel unterwegs sind. Es passt ein 17 Zoll Laptop rein und in dieses Rucksack-System selber, wie bei einem Rucksack üblich, auch noch Dinge des täglichen Bedarfs. Also wer auf so eine Lösung Wert legt und auch Transportmöglichkeiten möchte, sollte sich diesen Airbag vielleicht genauer anschauen. Auch die Franzosen von Yelight verfolgen mit dem H-Move Airbag Rucksack einen ähnlichen Ansatz. Die Airbag-Variante in Rucksackform basiert auf den Turtle Airbags und hat die gleiche Mechanik zugrunde liegen. Wir haben auch mechanische bzw. elektronische Auslösung. Die mechanische Auslösung gibt es für 689 Euro. Das elektronische System ab 849 Euro und wir haben 18 Liter Airbag-Volumen, eine Auslösung von um die 80 Millisekunden. Im Gegensatz zu den Airbags-Westen gibt es den Rucksack aber in Einheitsgröße. Und weil es ein Rucksack ist, bringt er bestimmte Mehrwerte mit. Zum einen ein großes Staufach, 18 Liter Volumen auch für das Staufach, kann erweitert werden über einen Reißverschlussmechanismus auf 23 Liter. Der Rucksack selber kann auch komplett abgenommen werden und was auch möglich ist, man kann hier zum Beispiel eine Trinkblase integrieren. Das ist vielleicht eine Option, die für diejenigen, die lange Touren machen oder vor allen Dingen im Offroad-Bereich unterwegs sind, eine interessante Option. Wie bei Helat üblich können natürlich auch hier die Kartuschen selbst gemächselt werden. Das Silver Offroad und Enduro ist natürlich bei den Airbags etwas unterrepräsentiert und es gibt tatsächlich nur einen einzigen Hersteller, der einen echten Offroad-Airbag anbietet. Damit sind wir wieder bei Alpine Stars und dem neuen 2024 vorgestellten Tag Air Offroad-System. Alpine Stars gibt an, dass dieses System sich explizit an Rallye- und Enduro-Fahrer richtet, auch entsprechende Modi hat. Es gibt zwar auch einen Straßenmodus, aber die Ausrichtung ist hier tatsächlich im Offroad-Bereich und spannend für diejenigen, die im Enduro-Fahren unterwegs sind und den Bereich auch regelmäßig wechseln. Die Modi lassen sich während der Fahrt über die Weste verändern. Die Auslösezeit beträgt im Durchschnitt 52 Millisekunden. Das gibt Alpine Stars an und die Schutzausrüstung ist auch passend zum Offroad-Bereich etwas umfangreicher als nur ein Airbag, denn wir haben mit Onboard Schulter- und Ellenbogenprotektoren, einen Level 1 Rückenprotektor und einen Level 2 Brustprotektor. Ebenfalls bemerkenswert, das System ist hier das einzige, bei dem der Kartuschenwechsel selbst vom Nutzer durchgeführt werden kann und darf. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, wenn man irgendwo im Gelände unterwegs ist, auch die Akkulaufzeit mit 30 Stunden so ausgelegt, dass man auch mehr Tagesetappen theoretisch mit dem Airbag absolvieren kann. Preislich liegt das System bei 999 Euro. Auch ein Service ist irgendwann möglich, aber auch hier noch ein großer Vorteil. Vier Auslösungen erlaubt das System, bevor ein Alpine Stars Fachmann oder eine Alpine Stars Fachfrau Hand anlegen muss. Du hättest jetzt gerne eine Gesamtübersicht mit allen technischen Daten, Produktinformationen und Preisen zu den vorgestellten Systemen? Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Zur besseren Vergleichbarkeit und als Entscheidungshilfe habe ich dir eine entsprechende Übersicht erstellt. Den Link findest du jetzt hier in der Videobeschreibung. Airbag-Systeme können dir Sicherheit massiv erhöhen, aber egal für welche Zubehörerberg-Variante du dich entscheidest, die beste Ausrüstung nützt am Ende nichts, wenn die Schutzkleidung nicht richtig passt. Eine Erfahrung, die ich selber schmerzhaft machen musste. Wieso ich bei meinem letzten Unfall eine offene Verletzung davon getragen habe und worauf du achten solltest, um das zu vermeiden, erfährst du in diesem Video. Bis dahin bedanke ich mich für dein Abo und deinen Kommentar unter diesem Video und sage Tschau bis zum nächsten Mal.